Das Beispiel dieser Schimpansen hat die übrigen Tiere angestachelt, Familie Schoch beim Bauern zu helfen. Vor allem Jumbo, unser Elefant, hat tüchtig eingehängt. Frau Schoch, darf ich auf diesem abgemähten Feld kurz Strohballen zusammenlesen? Ja, gerne, wenn es dir nicht schwer sind. Schwer? Mir? Können Sie denken? Bei mir hier in Thailand schleiche ich ganze Baumstämme umeinander. So ein Strohballen ist nicht leicht anzupacken. Aber nicht für mich. Ich fahre mit meinen Stosszahen einfach ohne Nien, wie mit einem Hubstapler, lupfen und gehe zum Abtransport auf die Brücke von einem Heumogen. Ist doch keine Sache. Dir gefällt es meine bei uns auf dem Bauernhof, Jumbo? Ja, klar. Und wie, wenn nur die Flüger und die Brämer nicht wären. Was? Die Flüger und die Brämer stören dich? Ja, ich weiss Gott, eine dicke Haut. Aber die vielen Flüger und Brämer gehen mir gleich schandbar auf den Wecker. Ja, ich weiss Gott.